Guten Tag, ich habe gestern gefragt, was kostet so ein Haus mit einer Hexe? Sie haben mir gesagt, wenn Sie es umziehen, dann können Sie den Preis nehmen. Aber das ist schon im Internet, ja, von gestern, deswegen, ja. Aber das Schönste, was Sie da gebaut haben, kostet zwischen 25.000 und 30.000, oder noch mehr. Das da liegt bei 28.000 jetzt, so wie es da steht. Und gibt es auch in Module, wenn jetzt einer keinen Ofen braucht und keinen Schlafplatz und kein Fahrwerk, dann geht das runter bis auf 8.000. Aber auch so? Ohne Isolierung und ohne Tür, nur Ofen vorne. Es gibt Gastwirte, die stellen sich das in den Biergarten und machen im Winter Bewirtung da drinnen. Ja, das ist Ihre Frage. Ja. Da können Sie von Luc sprechen, so eine wildkirchische Dame. Ja, wie viele Jahre verheiratet wurden? Wir sind nicht verheiratet. Nein, aber befreundet. Genau. Wahrscheinlich ist es besser, wenn Sie da sind. Genau. Ist auch kein Problem. Ich bedanke mich. Gerne. Also still privat, ich brauche, ich nehme das dann im Boden. Absintheit.